er hat sie kommt zu gern verletzt werden um wir sehen können wieder eine Runde war eine Runde wir haben nur eine Runde mit den zwei P-Sylver um ganz zum Schluss also am Ende des letzten Videos Prozent meinen er ist fast er hat es einfach aufgehört aufzunehmen weil ich nur 115 mb frei hatte auf meiner festplatte ich habe das auf plus acht gemacht ja ich habe nicht ich habe eigentlich nichts mehr großes gesagt ich habe eigentlich fast gar das war ich ja eigentlich nichts groß gesagt ich werde jetzt erstmal in den Handel-Map gehen und mir eine Menge ja menge rote blutrote Perlen kaufen um wenn ich jetzt machen Zahn-Map Zahn-Map wenn ihr auch sehen mal wie die Handels-Map aussieht Zahn-Map in die Handel-Map in die Handel-Map so Suche Silbernen Drachenzahn Zahn-Map Zahn-Map Billiges Zeug Himmel Himmellarsch und Zwirn King Russy Oha Er will ein Kaka Verhexen Suche HTK Halbemundring habe ich Billiges Zeug Dunkelrote Perlen Blaue Perlen Hex Perlen billig 50 Dunkelrote Ey man Regi Suche Silbernen Drachenzahn Ich kann hier mal anschreiben was ich habe Habe zwei Stück Billiges Zeug Ein look Mmh Die Hälfte vom Preis des Goldens. 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 Hast du blutrote Fällen? Chill mal. Das geht alles planmäßig. Wie viel? Für blutrote Perl. Nicht die Zähne. Zähne. Kaufe blutrote Perlen. Achso. Brutrote Perlen. Gott, ich kann nicht schreiben, Alter. So. Es ist gerade 23 Uhr. Deswegen ein bisschen nicht gesprächig. nicht gerade. So wie immer eigentlich. Aber... Okay. Mach nicht mal eine. 250. 250. Bitt. 250. Bitt. Kaka. Daher. Mh. Da. Mh. Mh. Was? Ich hab mich genug. Ich hab mich genug. Achso. Ich hab ja die Dings zur atomen gekauft. Sooo, ein Steinstück, ernsthaft, Steinstück, Beiße Perle, Alter, krieg ich nicht mal eine verkackte blutrote Perle, Mann, gibt's auch nicht, ganzes Geld bald weg, nur weil ich diese scheiß blutrote Perle haben will, ich könnte jetzt auch auf der Farm Map ein paar Farmen gehen, aber ganz ehrlich, ich bin, so, welche mache ich jetzt erst die Phoenix Schuhe, brüche, ne, ich mach Armband, einfach nochmal, Und so viel Pech hat man dann, und so weiter. wie viele hast du ich habe siebenhundert jetzt also das sind vier okay gimme gimme wo sie gimme 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 blutrote also normale rote perlen jungs langweilig ne kannst mir ein klar auf blutrote perlen so mache ich das mal so und sie die alle mal einfach an naja egal leute unnötig ich gehe jetzt mal wieder in den sd-dungeon sd-dungeon ist ja im prinzip das gleiche ich habe dreimal von diesen hässlichen schildern alter zehn flügel schilder zehn flügel schilder alter schwede wenn meins ja ich meine was schwarze perle in nassen 100 kk pro stück um um wo ich dunkelblutung rot kochen könnte um was soll ich jetzt mal ich bin ein bisschen um 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 ich bin dann mit ein 10 gottes Prozent um Möbel Cini Grotti Cini Grotti Ja hat ganz kurz überlegt aber schon okay solche menschen hasse ich am meisten so wie geht mir gerade was heftig auf den sack alter das kannst du mir aber glauben aber das ist nicht nur weil das nicht beim aufnehmen sich nur beim aus aufnehmen das auch so wenn ich privat spiele manchmal sogar schlimmer so this guy he is here jetzt machen sie nicht mehr so viel schaden jetzt kann man auch schön leveln hier so naja man kann nicht so gut leveln weil hier so wenig los ist sag ich mal wenn ich die beiden kille dann bin ich level betten nein doch nicht doch ok ja da kann man weiter ich packe mal schnell ins lager ich frage mich wie viel diese ganzen bringen 1 7 11 7 8 also plus 10 mal einfach so ja hier war der raum mit richtig schielen nein hier könnte ich so leicht hier kann man so leicht leveln aber halt nur bis level 100 ehrlich nur bis level 100 komm mal ein ganzer haufen habe ich gerade mal zwei drei kugeln gebracht so der timer ist auch abgelaufen ich mache es mal ganz einfach so so level up level up und ja leute wir sehen uns das nächste mal wenn es sei es let's play mit in 2p server ne ciao so 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 so